Also wir haben schon ordentlich was gefunden an Skuldies, ne? Hier muss ein Nest sein, ja. Ich guck mich lieber nochmal ganz genau um, nicht dass ich wirklich noch irgendwo was such. Oh, man kann gar nicht zurückgehen. Was? Das wusste ich nicht. Okay, dann port ich mich. Das geht hier nicht. Leider nicht möglich. Das wär's jetzt. Ne, das geht. Okay. Speichern und neu laden, ja. Game over. Aber speichern könnte man echt mal wieder. Na, ich würde jetzt glaube ich immer so speichern. Und würde... So. Einfach mal einen Safe State noch setzen. Ja. Wo wollen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gucken erstmal in die einzelnen Dungeon rein und... Schattentempel auf jeden Fall. Ne? 100 pro der Schattentempel. Ich hab da ja auch noch so ein Ding gesetzt im Schattentempel. Aber das kann ich nicht mehr benutzen. Was ist noch gerade? Das ist gespeichert. Was? Wann? Ne, das kann ich nicht mehr benutzen. Okay, dann wir gehen erstmal in den Schattentempel, würde ich sagen. Weil ich weiß auf jeden Fall, im Schattentempel fehlt mindestens noch eine. Deswegen... Links, rechts, rechts, ah, links, rechts, runter. Ba, 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 ba. Auf der Treppe? Auf der Treppe hab ich gespeichert. Ich merk das manchmal gar nicht. Wenn ich das Menü verlasse und speichere, merke ich das manchmal gar nicht, dass ich speichere. Weil ich verlasse ja nur das Menü. Genau, wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Schattentempel rein und holen dort hoffentlich die letzte Skull, die da auf dieser einen Position rumhängt. Ich hoffe halt, dass das die letzte Position ist. Damit der Schattentempel dann auch abgeschlossen ist und ich da nicht nochmal rein muss. Das wäre toll. Ansonsten haben wir eigentlich ganz gut danach gesucht, finde ich, nach den Skulltees. Stimmt, einige Erbsenlöcher mit Käfern füllen. Guter Punkt. Oh, was war das denn? So, das hätten wir auch. Oh, und in dem Brunnen müssen wir auf jeden Fall auch nochmal, ne? In dem Brunnen waren wir, glaube ich, auch mit den Skulltees noch nicht durch. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das Projekt hier zu 100% durchspielen. Und, äh, naja, noch ist es auch nicht geschafft, ne? Ich meine, es fehlen ja noch 8 Herzteile und 56 Skulltees. Das ist schon noch eine Ansage. Okay. Also, der ist jetzt viermal länger, ne? Also, schaut euch das an, ey. Bin gespannt, wo ich mich da jetzt überall hinziehen kann. Wahrscheinlich von hier auch aus drüber? Klappt das? Alter. Schaut euch das an. Der Ultrashot. Ja. Der zielt. Alter, Falter. So. Ja, ich könnte mir vorstellen, für, äh, die restliche Skulltees-Suche könnte der Ultrashot auf jeden Fall ganz nice sein. Was sind jetzt hier? Leute. Hängt euch doch mal an. Holst du auch die Herzteile denn das? Ich weiß halt nicht, wo die noch sein sollen. Wir haben halt schon echt viel gemacht. Ich, ich... Keine Ahnung, wo die noch sein sollen. Ah ja. Also, wenn du Ideen hast, ich, äh, bin... Gerne. Ich hab ein offenes Ohr. Habt ihr noch Ideen, wo irgendwas ist? Was ich, was ich machen könnte? Was ich holen könnte? Schreibt's mir. Ich könnte nochmal in alle Löcher reingehen und so. Was? Nein. Ich tu das jetzt mal ganz kurz weg hier. Nicht, dass ich mich wirklich nur aus Versehen rausporte. Okay, da ist halt auch direkt einfach so ein Geist, ne? Nicht, dass der mich jetzt gleich runterschießt. Okay, 147. Ich hoffe, es war die letzte. Bitte, 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 bitte. Yo. Geil. Geistertempel ist abgeschlossen. Äh, Geistertempel. Ähm, Büstentempel. Ihr wisst schon. Ne? Also wenn hier oben, äh, neben der Karte das Skull-Tooler-Symbol leuchtet, heißt das, alle Skull-Toolers in diesem Dungeon sind eingesammelt. Ähm, sehr schön. Ich überlege und würde Bescheid geben. Klar. Immer gerne. So. Ne, warte mal, das ist jetzt Quatsch eigentlich. Ich würde mich nochmal zum Feuertempel porten. Ba, 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 ba. Wir machen Mash-Up heute. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, ich mache ein geiles Mash-Up. So. Genau, wir gehen nochmal in den Feuertempel. Äh, gucken mal, ob da alles gemacht wurde. Also wir checken erstmal alle Tempel ab. Inwieweit da alles fertig ist. Wenn wir das gemacht haben, geht's an die Overworld. Weil ganz ehrlich, wenn alle Tempel fertig sind, und nur noch die Overworld offen ist, dann müssen wir eigentlich nur nochmal rumlaufen. Da finden wir vielleicht auch noch die letzten Herzteile und so. Müssen wir mal gucken. So, Feuertempel. Haben wir auch alle Skull-Tees? Guckt mal. Geil. Im Wassertempel. Kann es sein, dass im Wassertempel noch was gefehlt hat? Das könnte ich mir echt vorstellen. Das könnte ich mir vorstellen. Wassertempel. Ja. Dü, dü. Guck nach. Mach ich. Geht schon direkt los. Und dann sollten wir uns auf jeden Fall mal ein paar Käfer fangen. Für die Flaschen. Das muss man da auch nochmal nachgucken. So, Wasserrüstung und Dingens. Äh, Eishöhle hat man glaube ich komplett, ne? Ich glaube. Wir müssen eh nochmal dahin. Zu Soros Domain. Äh, aber ich denke eigentlich, dass die Eishöhle komplett ist. Wenn wir dann da sind in Soros Domain, werden wir das auch gleich nochmal abchecken. Boah. Ich hoffe, hier habe ich keine vergessen. Das wäre, das wäre so ekelhaft, wenn ich hier eine vergessen habe. Ich habe hier eine vergessen. Shit. Die Frage ist halt, wo? Klabbe. Okay. Äh, wo könnte ich die vergessen haben? Es muss irgendwo sein, wo ich nicht rankam, oder? Jetzt hätte ich es gemacht. Viel Spaß beim Suchen. Ja, lass mal überlegen. Wo hat man denn Orte? Ich könnte mir vielleicht diesen großen... Ah doch, ich weiß, wo es war, Leute. Ich weiß, wo es war. Ich weiß, wo die Skulli war. Welchen Tempel hast du schon überprüft? Ich habe den Feuertempel. Der ist fertig. Schattentempel ist fertig. Ja. Die zwei sind fertig. Im unterirdischen Fluss, genau. Dieser Fluss. Ähm, ich glaube... Wo war denn das? Ist das auf der obersten Etage, oder ist das auf der zweiten? Also, auf der... Zweiten. Ich glaube, hier ist es, oder? Waldtempel habe ich noch nicht überprüft, aber ich denke eigentlich, der ist auch fertig. Aber guck mal gleich. Wir machen nur Schalli-Muster-Tempel. Genau, ich denke hier... Das ist jetzt auch so easy, ne? Ja. Obwohl. Okay, ist auch nicht so easy. So. Dü, 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 dü. Okay. So, oberste Etage, genau. Da sind wir jetzt. So, da kann ich... Oh, ist aber geil, ne? Zum Abkürzen ist das so geil. Alter. Nice. Der Ultrashot, ne? So, das war Schattenlink. Hä, ist das geil. Vielleicht mein neues Lieblings-Item, ne? Der Ultrashot. Okay, warte mal. Das war auch ganz skurril. Wie habe ich denn das gemacht? Musste schieben, ne? Ja. Hm, hm, hm. So. Dann einmal hier längs. Und dann muss ich da rein. Und hier habe ich die Skulti vergessen. Da. Die konnte ich damals nicht holen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie machen konnte. Hey, Eva hat mir gespendet. 99 Cent. Ähm, ohne Banane. Ey, was machst du da für Spenden? Dankeschön. Ich kann da auch schreiben, dass ich das mag. Mag ich? Ich habe es geliked. Eva, ich habe es geliked. Dankeschön. Jetzt haben wir alle. Geil. Wasser-Tempel ist auch abgeschlossen. Ich kann sogar herzen, glaube ich. Yay. Ich habe es sogar geherzt. Like und Herz ist da. Nice. So. Ich würde sagen, Waldtempel als nächstes. Und, äh, ich glaube, die Eva möchte mal drehen. Ah, hoch. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. So, ich hoffe mal in die Pötte, ne? Mal gucken, was wir Schönes haben. Das freut mich doch. Äh. Stimme verändern beim Lesen des Shits. Ey. Das freut mich doch. Ja, bitte drühe. Auch wenn Strafe ausgesetzt sind. Na, eigentlich ist ja nur die Zeit ausgesetzt. So. Alter. Falltempel, Leute. Ist auch completed. Nice. Jetzt noch Wüste. Ausgesetzt. Ja, sie meint wahrscheinlich, dass es keine 5 Minuten Dinger gibt. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Vielleicht sind da auch irgendwo Scooties in diesen Nüssen drin. Ich weiß nicht. Okay, hier war erstmal nichts. In den verlorenen Wäldern sind wir sowieso komplett fertig. Das heißt, wir haben verlorene Wälder. Wir haben Kokiri-Wald. Das da oben ist fertig. Wüstentempel. Wüstenkollos haben wir jetzt noch. A runter. A. Rechts runter. A. Aber theoretisch hättest du öfter drehen müssen. Hast Schattentempel, Feuertempel, Wassertempel und Waldtempel bereden. Hm. Ihr habt recht. Aber ich würde sagen. Wir werden dann halt im nächsten Stream wahrscheinlich recht wenig drehen. Weil wir halt auch nicht gegen Gegner und auch nicht in Dungeon reingehen. Weil die Dungeon checken wir jetzt ab. Und ich würde sagen, ihr kriegt halt alle einfach im nächsten Stream eine Freidrehung. Ich denke, das ist fair, oder? Machen wir einfach so. Nur wenn... Nur wenn ein neuer Dungeon, Eva. Ja, haben wir bis jetzt auch nicht immer so gemacht. So hier ist auch abgeschlossen. Ja, dann haben wir jetzt nur noch die Tempel als junger Link. Also Judongos Höhle, Dekubaum und Lotte Yabu Yabu's Bauch. Ich glaube, die hatten wir aber auch alle fertig. Aber ich würde nochmal... Seht nur, wenn ihr die Fußmatte überschreitet. Die Fußmatte. Da steht nichts mit neuem Dungeon. Das stimmt. Ach, Leute. Ach, Leute, ah, Leute, ah, Leute. Ja, vielleicht ist auch schon im nächsten Stream Ende alldende. Weil es scheint mir so, als ob wirklich alles nur noch sich auf der Overworld dann abspielt. Ah, in den Brunnen müssen wir noch. In den Brunnen wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen geben. Aber ja. Es sieht gut aus, finde ich. Tü, 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 tü. Und eine Mitgliedschaft vom lieben Algarza. Vielen lieben Dank. Und der Tony N. Ist ein Mitglied geworden. Und wieder Werbung. Komisch heute. Es tut mir echt leid. Also ich gucke im nächsten Stream noch hundertmal drauf dann. Dass das hoffentlich nicht nochmal passiert. Nur ein weiterer Stream wäre schade. Wie gesagt, wir machen es so, wenn es passt und Zeit und Lust da ist, dann werde ich spontan einen Stream machen. Euch Bescheid sagen und hoffe, dass ihr Lust habt. Willst du Dongus Höhle nicht lieber als Erwachsener checken? Da war doch die eine School-Tooler oben auf der... Ich glaube, dass Dongus Höhle halt schon fertig ist. Deswegen, ich denke, müssen wir nicht machen. Bin ich mir fast sicher. Bist du sicher? Für die brauchst du den Ultrashot. Aber habe ich die Dongus Höhle nicht schon fertig gemacht? Ich will hier nochmal als Kind hin. Ich bin der Meinung, dass wir hier vielleicht noch was vergessen haben. Ich will hier nochmal ein bisschen rumlatschen. Der RK-Zeit will drehen. Okay. Jetzt wird natürlich schon Tag. Der Shad bestimmt die Strafe. Ja, das wolltet ihr doch nur, ne? Oh. Ah, stimmt. Hier hatten wir auf jeden Fall nur eine School-Tee. Eieiei, Leute. Na dann, äh... Hi, Sfero. Hello. Dann überlegt euch mal noch eine Strafe, weil so lange geht der Stream nicht mehr. Nimm die Käfer und den Stein mit. Ja, mach ich. So. 149. Ist das bei euch auch so, dass YouTube angeguckte Videos nicht mehr anzeigt? Ja, das kannst du, glaube ich, ausblenden irgendwo. Vielleicht hast du die Funktion aus Versehen ausgestellt. Möglich. Aber es ist halt auch... Ähm... Du hast ja... Warte mal, wie heißt das denn? Du hast ja diese History, wo du deine angeguckten Videos hast, ne? Vielleicht hast du die auch gelöscht und dann wird das auch, glaube ich, alles gesettet. Also nur, falls diese zwei Dinge zutreffen, dass du da Bescheid weißt. Ähm... Was war das? Keine Ahnung. Spiel mal Link Bedwin Worlds. Randomizer? Gibt's ja auch einen Randomizer von. Ach so. Shit, das war ja so ganz komisch hier. Äh, da muss man ja mit dem Huhn rüberfliegen. Wieder voll vergessen. Ich weiß, ihr habt alle Bock, dass wir durchstreamen und durchballern. Drei Hertz Run, auch geil. Boah, das müssen wir auch mal machen. Ach du Scheiße. Ich kann jeden Baum anrollen. Ich kann einfach hier jeden Baum anrollen. Da kann nicht mal das Kugel drunter sein. Das habe ich gerade so aus Spaß mal gemacht, aber... Du Kacke. Oh man. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass da was runterkommt. Wollte das mal so aus Vorsicht machen, aber... Ach du Scheiße. Leute. Ja, noch 50, aber... Ich weiß noch nicht, welchen Baum schon... Ah, es können glaube ich nur die etwas größeren, stämmigeren Bäume sein, oder? Ich hoffe zumindest. Und der hier könnte schon Scrooge werden. Nö. Okay. Reicht mir. Ich hoffe, das war's. Nur die großen. Okay. Kannst du programmieren, Zelda-Junge? Also einen Randomizer selbst erstellen. Ich wünschte einen Sonic Classic Randomizer. Sonic? 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 Programmieren kann ich leider nicht. Also ich habe ja nur die Tools, die vorgegeben sind, wo ich einstellen kann, was verändert werden soll. Programmierer... Also andere machen diese Programmierung. So, was haben wir hier? Da haben wir das Loch... Aber in dem Loch waren wir bestimmt schon drin, oder? Vielleicht haben wir jetzt auch hier schon alles... Äh... Alles Skooltees. Wir gucken mal. Nö. Auf dem Markt gibt es immer noch Skooltees. Hab die noch Ideen? Hab ich hier irgendwas vergessen? Oh. Jo. Hier habe ich echt viel vergessen. Kein Problem. Da muss mich ein Dr. Zelda-Junge noch eine weitere Woche krankschreiben. Ah. Du kriegst eine Woche Strafarbeit. Oh. Da sind Käfer. Die nehme ich jetzt alle mit. Also zwei Flaschen reichen ja eigentlich. Äh. Dilili. Dilililü. So. Dann... Dann machen wir mal die Zwille und den Boomerang. Arianna. Hallo. Was geht? Zack. 151. Meine Reichkeit ist ja unendlich benutzen. Ja. Ich habe nur zur Vorsicht nochmal welche mitgenommen. So. Strafe vor allem für Gugando und Kitsune und meine Wenigkeit ein gewisses Spiel aus einer Reihe, die du schon mit dem Tom zusammengespielt hast, beenden. Da sollten keine Daten mehr vorhanden sein, die ich mit dem Tom schon gespielt habe. Was denn? Meine Schkepp oder was meinst du? So. Problem ist nur, ihr habt aktuell so viele Spiele offen, die ich zocken soll. Weil ich habe Majora's Mask, Orien of Time Randomizer und ich habe Links Crossport Training. Die zwei soll ich auf jeden Fall noch zocken. Oder ich sage mal, das ist jetzt geplant. Wenn ich jetzt noch eins mache, dann ist echt... Kann ich ja nicht alles gleichzeitig machen. So. Was machen für Community? Was? So. Achso, warte. Haben wir jetzt alle? Hm. Immer noch nicht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen von Meinisch und Tepé. Ja, morgen geht es wieder weiter, normal. Also morgen kommt Tepé, genau. Heute kam ja Meinisch. So, gucken wir hier nochmal. Weiß nicht, vielleicht... Also hier muss auf jeden Fall irgendwo noch eine Skuldi rumhängen. Okay. Ist das ein Huhn? Irgendwo muss noch eine sein. Gut, ich gehe erstmal rein in die Burg. Vielleicht ist in der Burg selber eine Skuldi. Meint ihr, das geht? Ich weiß es nicht. Ich höre halt aktuell keiner. Ich spreche jetzt immer Minisch und nicht Meinisch aus. Ja, es... Wir hatten das schon, das Thema. Das scheint jeder... Anders zu machen. Oh. Hi Jungs! Was geht? Komme ich dann durch vorbei? Schade. Ich glaube, Minisch ist richtig. Alle sagen Minisch, nur nicht Chris. Ja, das ist ja auch... Macht ja auch Spaß. Okay, wo könnte man noch Skuldis bekommen? Shit. Hier war ja jetzt nichts mehr, ne? Krüge kaputt machen. Professor Layton. Ach ja, Professor Layton. Hehehe. Ist doch egal. Jeder so wie er will. Okay. Wo könnten wir denn noch eine Skuldi abfarmen, Leute? Was meinen dann? Wann in der Zitadelle der Zeit gibt es irgendwo eine Skuldi? Das wäre irgendwie cool. Hier irgendwo einfach eine hängen würde. Vielleicht auch nur als Erwachsener? Müsste ja auch zum Markt zählen, theoretisch. Vielleicht gibt es hier wie bei Benjo und Kazooie ein geheimes Level. Who knows? Ich sage immer Hyrule, aber... Hylia. Was? Hyrule, aber Hyrule ist ja richtig. Aber Hyrule, ja. Ach so. Du meinst Hyrule, aber Hyrule, ja. Gigagamer. Hi, Gigagamer. Na, Mann. Was los? Warum so traurig? Ich habe Would be dafür genommen. Ich habe'schlween Erwachsen. éticoles Geweh auf, sauces Bucke kinder. Was? Ich bin froh.